So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine kleine Spezialfolge, einen Zuschauerwunsch wieder mal. Wenn manche sagen, hey, das hast du ja schon mal gemacht, er muss ja wieder flexen oder was. Eigentlich nett. Ich hatte das mal gemacht zum Jahresabschluss, dass man mal vergleichen kann, wie der Stand der Dinge ist. Oder hab das mit dem Schillingsein-Video mal verglichen und hab dann immer viel dazu erzählt. Heute werde ich nicht so viel dazu erzählen und das einfach nur fix durchrotzen, denn es ist ein Zuschauerwunsch. Ich hatte einen Kommentar bekommen von Lulikabut5172. So, Lulikabut5172, der hat geschrieben, moin, wollte mal fragen, ob du ein Video von deinen Kladin-Medaillen und Badges an sich machen kannst. Würde mich bei den ganzen Hundertern echt interessieren, hat man in letzter Zeit auch bei anderen Hardcore-Spielern gesehen. Brandon Tan, Fleece King, Schilling und so weiter. Fleece King, da freut sich der Tobi immer, wenn er den Namen hört. Deswegen hab ich gedacht, gut, letztens hat einer was gefragt mit, kannst du mal das und das und das zeigen? Dann haben wir das gemacht, jetzt wird gefragt, kannst du mal das zeigen? Machen wir das natürlich auch an den Herrn Kaput. Gehen jetzt mal direkt hier rein, gehen mal aufs Profil, drücken mal auf Du und haben hier Statistiken vielleicht auch dazu, dass man das so weiß, gelaufene Distanz, 59.000 Kilometer, gefangene Pokémon 1.061.000, besuchte Pokestops 635.000, Gesamt-EP 2,2 Milliarden, Startdatum 19.08.2016. So, und jetzt gehen wir mal auf die Medaillen, ich hoffe, das passt alles und lädt alles und ja, Aufnahme ist gestartet, gut. Pokémon Go Fest Chicago 2019, Pokémon Go Fest Dortmund 2019, Pokémon Go Safari Zone Montreal 2019, Pokémon Go Safari Zone St. Louis November 2021, Pokémon Go Safari Zone Liverpool 2021, Pokémon Go Safari Zone Philadelphia 2021, Pokémon Go Fest Global 2020, Pokémon Go Tour Kanto 2021, ich habe mich für die grüne Edition entschieden, eine kolossale Entdeckung 2019, Illusionen untersuchen 2020, Spezialwochenende 2020, 7-Eleven Mexiko, City Spotlight Auckland 2020, City Spotlight Busan 2020, City Spotlight Tainan 2020, was klappert denn da? Äh, Dezember 2020, Spezialwochenende 2021, 7-Eleven Mexiko, Pionier 40, erreiche Level 40 bis zum 31. Dezember 2020, Pokémon Go Fest Global 2021, Pokémon Go Fest Global 2021, Forschung des Professors, das ist die letzte Medaille, die ich jetzt bekommen habe, hat die exklusive Sammelkarte mit Professor Willow erhalten, danke nochmal an Sina dafür, ähm, Pokémon Go Fest 2022, Global, Pokémon Go Tour Joto Global, Februar 2022, ich habe mich für Ho-Oh entschieden, Pokémon Luftabenteuer 2022, Okinawa, Teamgeist Superliga, äh, 22, Pokémon Weltmeisterschaften, zusätzliche befristete Forschung, Pokémon Go Safari Zone Go Young 2022, Ultra Bestien Ankunft November 2022, Sevilla Safari Zone Early Access 2022, Mann, ist die schön, haben die was an den Medaillen gemacht, die sehen so gut aus, Pokémon Go Fest Berlin, 22, Pokémon Go Fest Park Erlebnis Seattle, morgen, also nicht heute, aber morgen, 22, Pokémon Go Fest Stadt Erlebnis Seattle, 2 Medaillen, 22, äh, 22, äh, 22, äh, 22, äh, 22, Safari Zone Taipei, 22, Safari Zone Singapur, 22, 22, Mann, seh ich nicht gut aus, Top Sammler, äh, schließe Sammler Herausforderungen ab, 84, da würde mich mal interessieren, wie viel ihr habt, es ist auf jeden Fall mehr, äh, es ist auf jeden Fall möglich, da deutlich mehr zu haben, da ich mal einen Monat nicht gespielt habe, und, äh, da natürlich was verpasst habe, so, Jogger, 59.000, Kanto, 151, Sammler, 1,061 Millionen, Forscher, 15.000, Züchter, 13.000, also, Eier ausbrüten, muss ich das jetzt vorlesen? Na, ihr wisst, was das ist, 13.900 Eier, Backpacker, 635.000 Pokestops, Urlauber, 22.000 verschiedene Stops, Angler, 1.300, Carbador, Kämpferin, Kämpfer, Kämpferin, warum bin ich, bin männlich, hallo, 37.000, Arena Kämpfe, Astrainer, 5.000 Kämpfe, Knirps, 1.400, Radfratz, Pikachu Fan, 40.000, Pikachu, Johto, 100, Kampflegende, 10.600 legendäre Raids, Bärenmeister, 79.000 Bären, Arena Leiter, 170.000 Stunden, Höhen, 135, Pokémon Ranger, 41.000 Feldforschungsaufgaben, Bühnenstar, 931 beste Freunde, Gentleman, 12.000 getauschte Pokémon, Pilot, 28.000 Kilometer, Veteran der Superliga, 1.000 Kämpfe, Veteran der Hyperliga, 1.000 Kämpfe, Veteran der Meisterliga, 1.600 Kämpfe, Kameramann, 1.300 Schnappschüsse, Erlöser, 1.000 erlöste Krypto-Pokémon, Held, 95.700 Rocket Rüpel, Triathlet, 281 Fangserien, Trainerhoffnung, 186 verschiedene Pokémon-Arten, Trainerhoffnung, Trainerhoffnungen, 6.300 Raids mit Freunden, Picknicker, 5.000 Pokémon-Helf-Lock-Modul-Fang-Sachen, Erbfolgerin, 2.500 Mega-Entwicklungen, Freundefinder, 92 Empfehlungen, Raid-Experte, 3.700 Mal auf der Raid-Kampfanzeige gelandet, Sammler winziger Pokémon, 861, Sammler riesiger Pokémon, 1.182, Icognito fehlt 1, nämlich das Fragezeichen, Champ gewinne 2.000 Raids, vor allem normale Raids, ja das ist das Problem, das ist eine Medaille, das widerstrebt sich mir, ich müsste 500 Euro dafür bezahlen, um die voll zu kriegen. Ich rate mit dem täglichen Pass, ja nur legendäre, immer, früher hat man Maromai und Despo da geradet, wenn keine Legendären, neben den Legendären, mittlerweile habe ich nichts, was ich sonst noch raiden kann, deswegen wird das eigentlich immer so bleiben. Außer ich mache mal einen Shiny-Hunt bei einem Pokémon, was in Raids ist und ich da, aber dafür habe ich aber eigentlich immer die kleinen Accounts. Sino, 104 von 107, Einal, 154 von 156, bester Kumpel, 176 von 200, Carlos-Region, 62 von 72, Alola-Region, 57 von 86, Ultra-Held, besiege den Boss von Team-Go-Rocket, 20x, 17 von 20, müsste jetzt mit Regi-Steel auch die 18 von 20 kommen, aber bis ihr das Video seht, ist das schon passiert. Wayfarer, verdiene 1000 Wayfarer-Vereinbarungen, 563, ich bewerte halt so gut wie nie. Guru de Mega-Entwicklung, 36 verschiedene Pokémon-Arten, es gibt bisher nur 30, deswegen kann man da auch nicht mehr machen. Hisui, 3 von 5, Galar, 13 von 25. Und jetzt ist das hier zu Ende und geht gar nicht weiter, obwohl wir doch hier nach Galar noch da drauf drücken können, für die Typen-Medaillen, weiß ich nicht, wieso man das nicht einfach weitermachen kann. Schulkind, 245.000 normale Pokémon, Schwarzgurt, 51.000 Kampf-Pokémon, Vogelfänger, 115.000 Flug, Panga, 123.000 Gift, Ruinen-Maniac, 87.000 Boden, Wanderer, 60.000 Gestein, Käfersammler, 77.000 Käfer, Hexe, 56.000 Geist, Eisenbahner, 37.000 Stahl, Hitzkopf, 91.000 Feuer, Schwimmer, 131.000 Wasser, Gärtner, 115.000 Pflanze, Rocker, 96.000 Elektro, Medium, 75.000 Psycho, Skifahrer, 67.000 Eis, Drachenprofi, 34.000 Drache, Halbstarke, 43.000 Unlicht, Fee, Ach, Träumerin, 62.000 Fee. Was war jetzt das Höchste und das Niedrigste? Ich glaube, 34.000 müsste das wenigste, oh, hier ist 37.000. Eisenbahner ist ganz knapp dahinter, aber 34.000 müsste das geringste gewesen sein bei Typ Drache. Drache und das meiste, also normal mit 245.000. Da gucke ich nochmal kurz durch, 245, 245, 245, genau, passt. So, das war's, das waren die Medaillen, die Badges, die Medaillen. Ich hoffe, das war genau das, was der Kollege sehen wollte. Crank hat ein Geschenk geschickt. Das mache ich nicht auf. Dann war's das eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Grüße nochmal an den Lulikabut 5172. Vielleicht habt ihr euren Account auch drauf gemacht, seid auf eine Medaille und seid schnell durchgewischt in der gleichen Reihenfolge, um direkt zu vergleichen. Vielleicht ging's auch zu schnell, vielleicht hätte ich Zeit lassen sollen, wie auch immer, keine Ahnung. Guckt halt mal, vielleicht könnt ihr auch was vergleichen. Und wie viel habt ihr bei eurer Sammlermedaille, hier mit den verschiedenen Sammlerherausforderungen abzuschließen? Kann man da schon 100 haben? Kann man da schon 90 haben? 90 bestimmt, vielleicht sogar 100. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses.